Herzlich Willkommen zurück zu Common and Conquer. Conqua. An der Mission wäre scheitern, sag euch das. Okay, das war merkwürdig. Ey, du kriegst das hier nicht hin, das ist, das wird nichts. Folgendes, ich werde den hier einnehmen auf jeden Fall. Weil du, du kriegst das, kriegst nicht gesteuert auf der PS1. Will ich das Ding auch noch übernehmen? Ja, zum Verkaufen. Das kannst du verkaufen, wie sieht es aus von der Kohle? Ich glaube, die anderen kann ich alle weghauen, da mache ich es sonst minus. Ja, ich würde einfach mal von denen, von denen einfach mal 10 bauen und dann würde ich hier angreifen. Weil das Geheimnis ist, wenn du angreifst, reichen da 10 aus, müssen wir mal ausprobieren. Wenn du ein Gebäude links angreifst, dann kommen die Gegner. Und dann müsstest du eigentlich mit ihm hier alle weghauen. Und das Ding ist, das kriegst du auf der PS1 nicht hin. Also selbst auf dem PC, ich habe mir Videos angeguckt, das ist, die Mission hat es wirklich in sich, weil ich muss dann da rüber und, ne, wird wohl nichts werden. Muss ich jetzt hier so lange warten oder was? Könnt natürlich jetzt noch... Mach man das am besten? Na gut, damit kann er erstmal nichts machen. Die anderen kann ich glaube ich alle zerstören. Oder welche Flammen? Na ja, Flammentypes bringen nichts, sind auch zu teuer. Gut, ich meine die Leute sind jetzt hier, bauen kann ich nebenbei. Das heißt, der Typ geht einfach mal hier rauf. Ich zeige euch das jetzt, dass das nicht möglich ist. So, vielleicht könnte ich mich hier hinter die Balustrado stellen. Weil ich brauch die 10 Typen auf jeden Fall. Okay, kommt aber gerade gar keiner. Vielleicht hat der nicht genügend Feuerkraft. Was wäre denn eine in der Theorie? Ich meine, ich müsste eigentlich fast pleite machen. Aber ich kann ja die Sinus dann einnehmen. Bisher kommt noch gar keiner. Vielleicht muss der aber auch zerstört sein. Okay, dann würde ich folgendes machen. Ihr geht alle mal auf den hier. Ja. Von den Ballern den jetzt weg, ja. Mal sehen, ob die jetzt kommen. Passiert doch irgendwas. Füllt der sein Leben gerade auf? Ne, ne? Okay. Auf der PS1 ist wieder alles anders. Ich bin der Meinung, wenn du Gebäude angegriffen hast, sind die gekommen. Kommt gar keiner. Könnte das natürlich auch ein... Hätte das einnehmen müssen, ne? Das hätte ich vielleicht einnehmen müssen. Ich glaube, dann kriegst du einen Luftschlag, oder? Ich guck jetzt mal, was passiert. Kriegt das hin? Ja. Das kommt ja immer noch gar keiner. Dann würden wohl alle aus der Base rauskommen. Aber es kommt keiner. Ich meine, gut, wir können trotzdem mal rüber ran. Warum kommt denn hier keiner? Wir haben zumindest noch drei Engineers. Partner. Ich lege ihn mal auf Kreis. Hier lege ich mal auf Viereck. Hier lege ich mal auf Dreieck. Anders merkwürdig, ey. Ich bin jetzt der Erntesucher, kommt das auch vorbei. Dann überfährt er uns. Wartet mal hier. Wir müssen nämlich auf den Obelisten gehen. Ja, ich hoffe, er wird nicht überfahren, ey. Naja, jetzt sind halt die Typen hier, was so ein bisschen blöd ist. Und er wird überfahren, ne? Wird nicht überfahren. Okay, vielleicht müsste ich einen reinschicken. Jetzt kommt der an. Aber die kommen da gar nicht raus. Stehen ja immer noch dort. Ey, ich würde sagen, das kannst du, die Mission ist nicht machbar. Ja. Das Ding einnimm, verkaufen. Ich könnte hier halt einen einnehmen. Weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Dann muss ich nochmal ausprobieren, ob ich hier drauf gehen kann. Aber wenn die nicht getriggert werden, dann ist eh vorbei. Die kommen einfach nicht. Und sagen, okay, das geht schneller, ja. Die kommen einfach nicht. Was war denn das jetzt? Flugabwehr, mhm. Okay, ich baue dann jetzt mal alle. Aber wenn die nicht rauskommen, dann schick jetzt einmal hin. Oder zwei, ist halt die Frage, ob einer durchkommt. Wird halt durch den Obelisken-AD nicht, ne? Speicher hier mal. Wer hat jetzt nicht vermehrte Suche überfahren? Okay. Okay, da kommt einer jetzt. Ne, okay. Was denn, wenn ich den hier mitschicke? Mit ein bisschen Abstand, sodass die zumindest reinkommen. Und nicht beide direkt vom Obelisken erwischt werden. Zumindest mal ein Versuch. Aber ich denke nicht, dass ich die Mission schaffen werde. Vermute mal nicht. Ne, ne. Geht mal durch. Und werdet nicht überfahren. Okay, cool. Und er geht wieder zurück, ne? Ne, es greift keiner an. Okay, das Einzige, was ich noch machen kann, hätte noch ein Kraftwerk mehr einnehmen können und dann mit allen Leuten eine Reihen. Das wäre noch das Einzige gewesen. Okay, ich würde dich erstmal wegstellen. So, nehme ich jetzt hier alle. Könnte das hier auseinander bauen. Dann haben wir zwei mehr. Da könnte man nochmal bauen. Er geht halt jetzt langsam, ne? Ah, okay. Ah. Kein Plan. Kein Plan. Ähm. Nice. Und du gehst auf Viereck. Es wird einfach nix. Ich könnte versuchen, den Erntesucher anzugreifen. Rückzug. Na, aber der verfolgt uns, glaube ich, bis zum Ende. Das ist schwierig. Ich könnte jetzt hier angehen. Vielleicht kriegen die den nämlich kaputt. Okay. Okay. Jo. Wie wärs? Ah, wär cool gewesen. Es sah nicht mal zu schlecht aus. Okay, jetzt kommen sie rüber. Ja. 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 Das. Ja. Aber ich werde ein Sch deaf. Ja. 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 Mehr andersrum. Es ergibt so oder so keinen Sinn. Könnt ihr jetzt überlegen, ob ich die, vielleicht kommen die bis rein und wenn die einen Obelisten angreifen oder die Leute. Warum geht denn, der geht jetzt mal bis rein. Ist ganz schön weit gekommen, aber es juckt die halt nicht. Kannst du vergessen und kriegst die Mission nicht. Okay. Ja, gibt alles keinen Sinn. Ich meine, wenn die den Obelisken hier relativ schnell rausnehmen. So, gut? Okay. Okay. Ah, wir schwach sind nicht, ey. Ah, das war so dämlich. Das war so dämlich. So, wo ist jetzt unser, da ist er. Einfach vorbei an denen. Weil ich den aus, wenn wir jetzt noch was zum Schießen drin haben. Oder wenn wir jetzt noch Einheiten hier haben. Ja gut, aber ich hab halt, ne. Was soll ich jetzt machen? Ich hätte einen Ingenieur mehr gebraucht. Gut, wir hatten aber auch eben Pech mit dem Erntesucher. Mal schiebt euch alle mal hier, ne. Na, ist denn mit euch verkehrt? Ja, es macht einfach auch keinen Spaß auf der PlayStay. Weil, wie gesagt, das Problem ist ja vorwiegend eigentlich die Steuerung. Also, die Mission ist so oder so nicht einfach. Das würde ich gar nicht behaupten. Also, die Mission ist so oder so. Oh. Oh, Glück gehabt. Wo ist der Schwein gehabt? Okay. Okay. Was heißt hier Units Lost? Ich hab ja nur noch einen. Ja, rennt schön über das Feld. Voll spart, ne. So, warte mal, wenn ich den eingenommen hab. Ja, dann mach ich Plus. Ja, okay. Könnte funktionieren. Vollidiot, ne. Muss halt durchkommen. Sieht sogar ganz gut aus. Sag bitte, dass... ... ... Abkommen aus! Affirmative! Ja! I'm not over at the door! Right away, sir! Affirmative! Roger! Er müsste den wahrscheinlich schneller reinbekommen Okay, das war's mit ihm Kriegt ihr den hin? Im Tiberium stehend Dann kommt der Erntesucher Kommt drauf an, wie schnell die den jetzt kaputt bekommen Triggert den nicht Vollidiot ne Okay Speicher hier mal Das Ding kann ich auch nicht Ich könnte halt das Ding verkaufen Wenn du den nämlich einnimmst Während der Erntesucher drin ist Was? Nein, 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 bleib stehen Ah, okay Die rennen auch direkt rein, ey Idioten So, was ich jetzt mache Kann die noch nicht an Wir sind jetzt Ah Ich hab keinen Bock mehr Schönen Abend durch noch In drei Tagen Kommt vielleicht die nächste Folge Ich weiß das nicht Bis dahin Abonniert 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 Vielen Dank.